Tja ihr Lieben, wir begrüßen euch zum nächsten Trailer. Ich hätte eigentlich schon bei weitem weiter sein können, ist aber wieder hier alles zusammengebrochen. Also es zieht sich jetzt noch ein bisschen in die Länge. Wenn das jetzt hoffentlich, dann bitte, lieber Gott, lieber Heiliger Geist und lieber Jesus, dann morgen nicht passiert, wenn ich mein Weihnachts-Special mit Jakob habe. Aber zumindest kann ich jetzt mal hier den Trailer reinsprechen zum zweiten, dritten, vierten, achten Mal. Ja, nämlich war er heute am Stadt, hat wieder gepredigt, höre ich mir dann nachher an oder auch in den grünen Morgenstunden. Und ihr kriegt es ja dann jetzt schon etwas parader. Es ist nämlich schon hochgeladen auf VK, Bitschut, Odyssee und Rambel. Da könnt ihr es euch anschauen und dann würde ich sagen, vielleicht bis gleich. Tschüss!